Hi meine Lieben! Ja, dieses Mal gibt es ein Get Ready With Me mit meinen Jahresfavoriten und ich beginne morgens immer mir ein bisschen Hitzeschutz in die Haare zu machen denn wenn ich dann nachher mit dem Glätteisen drüber gehe, sollen ja meine Haare geschützt sein Ja, dann benutze ich für meine Haut das Alverde Heilerde Waschgel Danach habe ich im Sommer ganz gerne das Vichy Eau Thermal Wasser für meine Haut benutzt und jetzt seit dem Winter ungefähr benutze ich gerne das Vichy Aqualia Thermal, da es etwas reichhaltiger für meine Haut ist Um meine Haut matt zu halten, benutze ich super gerne von Bioderma das Debiomatte Was meiner Meinung nach wirklich was bringt Meine beiden Lieblingspflegeprodukte für den Körper waren zum einen die Rituals Honey Touch und von Soap & Glory die Body Butter und die riechen beide so unglaublich gut Und im Frühjahr habe ich super gerne die BB Cream von Garnier in matt und hell benutzt Dann zwischenzeitlich habe ich gar keine Foundation benutzt und jetzt so seit dem Winter liebe ich die Catrice All Matt Plus Foundation, das ist der Nachfolger Und hier benutze ich meinen Ebelin Beauty Blender heißt das glaube ich Aber das tut es auf jeden Fall auch, den gibt es ganz günstig bei DM Und damit trage ich im Moment am allerliebsten meine Foundation auf Mein Lieblingsconcealer ist dieser hier von Maybelline Yade, der Fit Me Concealer in der Farb Nummer 15 Lange Zeit habe ich von Penaten das Baby Puder benutzt zum Abpudern von der Foundation Und seit einer Weile benutze ich aber wieder das Essence All About Matt Puder, da es ein bisschen besser mattiert Dafür benutze ich auch gerne meinen Ebelin Puderpinsel Damit ich nicht ganz so kalkig weiß bin, selbst mit Foundation, die sehr hell ist, benutze ich von Catrice den Sun Glowing Matt Bronzer und gebe meiner Haut so ein kleines bisschen mehr Farbe damit Zum Konturieren benutze ich am allerliebsten von Benefit den Hoola Bronzer Bis zum nächsten Mal! 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 Das Verblenden ist hier auf jeden Fall wichtig, weil dieser Hoola Bronzer dann doch schon ein bisschen intensiver ist und bei so Blashäutchen wie mir muss man auf jeden Fall immer gut verblenden. Dann habe ich hier den Blush von Catrice in Rose Royce und das ist mein absoluter Lieblingsblush, der beinhaltet auch ein bisschen Highlighter mit drin, deswegen kann man sich den Highlighter bei dem Blush eigentlich sparen, weil das so kleine Schimmereffekte mit drin hat. So, dann kommen wir zu meinen Augenbrauen und da benutze ich schon das ganze Jahr über von Catrice den Augenbrauenstift in der Farbe 020 Date with Ashton. Ich liebe Liquid Eyeliner und habe dieses Jahr ganz viele tolle für mich entdeckt von P2 Essens und Catrice. Aber seit dem Winter jetzt liebe ich total den von L'Oreal den Super Liner. Und so sieht das fertige Ergebnis dann aus. Manchmal benutze ich auch noch eine Wimpernzange. Diese hier ist von MAC. Die das auch richtig gut kann. Aber ich benutze es wie gesagt nicht immer und diesmal habe ich es jetzt auch weggelassen. Und wir machen weiter mit meinen zwei Mascaras. Einmal die Essence Isle of Extreme und von Maybelline Yard, The Colossal Volume Express in Waterproof. Das sind meine absoluten Lieblinge dieses Jahr gewesen. Und am aller aller liebsten von beiden mag ich die eben von Maybelline Yard, weil sie eben noch wasserfest ist. Das müsste Essence vielleicht ändern. Wenn es die noch in Wasser fest gäbe, wäre vielleicht das sogar noch eher mein Favorit. Aber beide sind richtig gut. Wenn man mal verpatzt hat, sind diese Q-Tips von Maybelline wunderbar. Dann kommen wir zu meiner Lippenpflege. Und ich liebe von Balea die Zuckerschnute. Ich habe mich so gefreut, als das rauskam. Und von Alverde mit Vanilleblüte und Mandarine. Dann habe ich noch von Eos den Lippenbalsam, den ich auch ganz gut finde. Und dann noch von Carmex. Ich liebe Carmex, das ist so toll für die Lippen. Und dann noch von Nivea die Lip Butter, die ich seit neuestem über alles liebe. So, gehen wir über zu den Haaren, die bis jetzt dann auch getrocknet sind vom Hitzeschutz. Und die kann ich jetzt super durchbürsten mit meinem Tangle Teaser und weiter bearbeiten. Dann kommen wir zu meinem Lieblings Glätteisen von GHD Stair. Und das ist richtig, richtig gut, dieses Glätteisen. Und wenn ich mal keine Lust habe, sondern eher locken möchte, finde ich den Miracurl von Babyliss wunderbar. Der ist richtig toll. Dazu habe ich auch mal ein extra Video gemacht, das kann ich unten euch mal verlinken. Aber für heute wollte ich einfach nur meine Haare glatt haben, so wie ich sie dann auch eben meistens trage. So, die Haare sind glatt, aber das Outfit stimmt noch nicht ganz. Das ist jetzt mein Chiller Look. Und den ändern wir schnell mal. Ja, und jetzt habe ich meinen Lieblingspullover von New Yorker an. Und jetzt geht es weiter mit den Accessoires, wie zum Beispiel meinen absoluten Lieblingsohrringen. Und wer mich schon ein bisschen länger anschaut hier auf YouTube, der wird wissen, ich liebe die Perlenohrringe von Primark und trage die so ziemlich täglich. Mein Lieblingsring ist dieser schwarz-goldene hier. Und der ist auch von Primark. Hin und wieder trage ich auch mal Zöpfe und dann am liebsten mit diesen Haircuts. Hier seht ihr meine liebsten Nagellacke, die ich über das ganze Jahr getragen habe. Aber da werde ich euch die auch nochmal unten in die Infobox setzen. Genauso wie meine Lieblingslippenstifte. Und meine Lieblingslidschatten. Dieses Jahr bin ich auch in den Genuss gekommen von Yankee Candles. Und meine aller, aller, allerliebste ist die Home Sweet Home. Dann seht ihr hier nochmal die Lieblingsparfüms, die ich dieses Jahr getragen habe. Wie gesagt, da schreibe ich euch alles nochmal unten in die Infobox rein. Und auch meine ersten Victoria's Secret Body Sprays habe ich benutzt. Aber ich finde die viel zu schade, um sie zu benutzen. Aber ich müsste es mal eigentlich tun, bevor sie schlecht werden. Und auch ich bin dieser Chai Latte Sucht verfallen. Vor allem die von Krüger, Classic India mit Vanille und Zimt. Und dem Tee-Karne-Tee Winterzeit. Schmeckt unglaublich gut. Dann zeige ich euch meine absolute Lieblingstasche von Ted Baker, die mich seit dem Sommer überall hin begleitet hat. Ja, das war's dann schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! fr... ... ...